Darf ich sie wechseln? Ich meine... Nein. Mich macht sie krank. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Diese Tapete praktisch an einem Leben lang gesehen. Wirst du, dass ich krank bin, ja? Und du bist dir ganz sicher? In der neunten Woche. Scheiße. Und das ist kein Scherz? Habe ich... schon scheiße gesagt? Ja. Scheiße. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Hey, was ist los da? Wir kommen gleich zu euch! Es ist eigentlich so, wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben. Also... Ich binriverin. Ich weiß nicht, wie ich die Aufmerksamkeit habe. Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass ich verrückt. Ich bin sicher. Ach, sag. Sie sind zwar in ihrem Leben lang und wirken mir. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Untertitelung des ZDF, 2020